hier halt um knuff Ich penne wahrscheinlich eher so da, also Wo haben wir es, wo haben wir es Passt doch wieder rum Hier mache ich mal, hier gönne ich mir jetzt mal den Spaß und füge da Da, so rein Wobei dann sicherlich auch hier gut passen könnte Aber ich will jetzt nicht überall solche Dinger aufhängen Unten will ich ja auch noch was Anbringen Oh, jetzt haben wir Schlechtwetter oder was Ja, sage mal Ah, ich habe eine Idee, was ich hier anbringen könnte In der Mitte Noch mal so Kohlen fangen Und das wird halt noch mal abgegrenzt Haha, Grenze Grenzwertig Entschuldigung Ich wieder Ja, majestätische Bilder So was Der Throne Nocturne Heims Na ja, geht so Ich könnte schwören, ich habe noch andere Bilder gehabt Die schönere Landschaften Achtung Das hört sich jetzt aus So Ach ja Ja, das passt Hier am besten noch Lebensgröße Oh Haha Ja Ja, und das eine oder andere schöne Bild Na gut Na gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt Aber was soll's Nur mit schwarzen Streifen Und ein Streifenhörnchen So Alles klar Was ich jetzt hier nicht mehr brauche Das bringe ich dann da rein So Noch mehr Fackeln holen Ja, nein Vielleicht Erstmal Becken reinpfeffern Und was trinken Okay Was brauchen wir noch Halbstufen Halbstufen Kohlepfannen So wie hier So wie hier Dann sitze ich auf gar keinen Fall Im kalten Dunkeln Wie auch immer hier Sich da in der Schenke dazu gesellt Schenke, ja Michael Schenker Group Haha Jetzt muss hier noch ein Sturm toben Oder was Am besten Boreos Lieb sein Meinst du etwa mich? Ja, dich meine ich Ich bin doch ganz lieb, Mensch Noctur Noctur Die Wiener Aber Noctur Ich habe gerade so viel Spaß Stürme zu erzeugen Ja, ist mir egal Ob dir das Spaß macht Hier Mach das halt hier Mach das woanders Aber jetzt nicht hier In meinem Let's Play Warum? Gut Ich kann Unabhängig davon Ob ich mit dir diskutiere Kann ich ja sowieso Nicht weitermachen Kann ich jetzt sowieso Nicht hier ändern Lerne mal vernünftig sprechen Du Dett Ja, ja Mach dich noch Über meine Sprache lustig Komm Hau ab Boreos mal wieder Wie auch immer Finde ich von lustig Dass man die übrigens auch In Legends Arceus fangen kann Entschuldigung Wenn ich da jetzt wieder Spoilern tue Ja Aber ich glaube eh Dass die Meisten eh Alles schon durch haben Vor allem ADrive Mit seinem Zweimal Zwei Shinies Pro Folge Oder was Das ist Nicht mal normal Das ist doch bezahlt Könnt ihr mir erzählen Was ihr wollt Oder bei dem So eingestellt Ey Ich krieg hier Nie so oft Shinies Ich hab jetzt grad Mal meinen zweiten Abgesehen vom Regulären Ponita Achja Pikachu Gibt's da auch noch Shiny Soweit ich weiß Aber Soweit war ich Noch nicht Ne Ähm Warte mal Hab ich hier noch Einsteinspufen Vielleicht Einen Wow Ich geh kaputt Ah Neue Hier so 31 Ja Hey du 31er Pack mal auf Was brauchte ich Jetzt nochmal Für Hab ich davon Hier Schilder Könnte ich mitnehmen So ist sie Nicht Quellen Ah ja So ist Davon hab ich noch ein paar Ja Wann nehm ich denn Die zweier Dinger mit Wenn ich doch Genau Warte mal Hier Eintreiben Hab ich denn noch Treppenstufen Das ist doch Irgendwie 31 Siste Schränke Wollte ich Bauen Siste Schränke Ja Hier so ein paar Regal Bauelemente Ah genau Ich mach mal Hier so Ne Davon hab ich doch Ein paar Noch hier Diese Holzplanken Dann nehm ich hier so Ja guck Hier meinetwegen Mit 66er Material Oder hier hab ich doch Eher noch was Auch nicht mal Okay Die Steine brauche ich ja nicht mehr Ich werd noch ein paar Von den Treppenstufen machen Und den halben Rücken 31er ne 31er ne War das ja Ja 31er Mach ich noch ein paar Ja Und dann noch hier Stufen Da mach ich lieber hier noch Jetzt davon So Ich sollte aber Alles haben Ich zieh mir den Sack In meinen Kopf Hörst du was zu sein Nö Ich will fertig aus Gut Ich hab keine Ahnung Was ich dann so reinstellen Kann Warte mal Haben wir noch Okay Sowas wie Kerzen Gibt es hier nicht Ne Die wird es wahrscheinlich Auch mehr Dinge geben In der neuen Version Kriege ich hier Hier nochmal Kriege ich hier Vielleicht nicht noch Eine Tischlampe Ja wow Ich bin begeistert Ach Oh Wie so Warum nicht Ausnahmsweise mal Kronneuchter Ja Kronneuchter Wäre angebracht Hier bei uns 16 Goldstaben 8 Glühlampen Ach du scheiße Glühlampen Eistenstab Wolframstab Okay Lass mal überlegen Ich möchte Zwei Kronleuchter Also Ich will Zwei Kronleuchter Haben Ja 16 Glühlampen 32 Mal Goldstab Was ist das mit Am Aufschreiben Vergesse ich eh Wieder 32 Goldstäbe Jetzt habe ich natürlich Kein Kugelschreiber Mit so einem Scheiß drauf Man muss das Handy Halten Pack mal auf Goldstab Und dann Rohstoffe Da brauche ich 16 Für Brauche ich dann 16 Eisenstäbe Und 16 Gut Das Ding ist nämlich Aus einer Eisenplatte Kriegen wir ja Hier Kriegen wir ja Vier raus Ich meine Hier habe ich ja Noch ein paar Eisenstäbe Das hat es dann Erledigt Dann haben wir noch Gold Goldbarren Brauche ich 32 Also kann ich 8 Platt machen Zu guter Letzt Wolfram Also Alles kein Problem Wie man sieht Jetzt werde ich gar nicht Notieren müssen Oh man Was haben wir gesagt 816 Anschließend Zwei Kronleuchter Jawohl Läuft Schon wieder Nachgeworden So Zack Da die Schwefel Haben wir Gar nicht Erst aufgefallen Ich komme da Immer noch Nicht Darauf Klar Ah Ah Dunkel Jo Das machen wir Alles noch Hier Ach Was habe ich für Eine Arbeitseifer Das halte ich ja Selber nicht mal Aus Junge 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 Aber demnach habe ich ja dann Ich werde fertig Was mache ich dann Die restlichen Folgen Dann Da fällt uns Sicherlich Noch was ein Ich meine Wir könnten Vielleicht doch Noch mal Unser Weg In die Hölle Bahn Die sich Da Befinden Soll Wenn man Da überhaupt Hinkann Weiß ich ja Gar nicht Das Ding ist Ich habe ja Schon Schwefel Befunden Weiter unten Offensichtlich Und ich habe es Nicht gemerkt Also könnte Aber vielleicht Versuchen Noch ein bisschen Weiter runter Zubutteln Ich sollte Vielleicht auch Mal was Langsamer Reden Dann könnte Ich mich Selber Und ihr Vielleicht auch Nicht verstehen Wie wäre es Denn Damit Wenn du Dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020